So, da sind wir wieder jetzt. Ja, hoffe ich, dass der Doktor zu ihm ein bisschen leiser ist. Damit man ihn nicht mehr hört, damit das nicht so ganz so nervig ist. Ja, na gut. Mal schauen, wie es im Endeffekt wird. Da haben wir ein paar Zombies und da haben wir die Texturen verbessert. Ich finde, den Hammer sieht jetzt schöner aus. Hab lange, wenn es nicht mehr gespielt. Oh. Bist du tot? Nö. Aber bei mir sieht der Hammer auch schon. Ach, jetzt sieht er schön aus. Oh, wir haben Banditen auf dem Server. Oh, Mann. Wie viele Kills hat man eigentlich ein Bandit? Irgendwie 15 oder so. Keine Ahnung. Das ist doch recht viel. Ich würde sagen, aber 3. Ja, würde ich auch, aber gut. Man kann es ja momentan nicht ausgleichen. Ja. Wie kriegt man eigentlich einen Good-Status? Wenn man Bandits killt, dann müssen wir eigentlich jeden Spieler killen. Naja, das ist es nämlich. Weil man ja nicht weit wäre jetzt an der Isle. Weil hier Spieler 1 sollen sie auch killen hoch. Hier kann man hochgehen. Bin jetzt nochmal gespannt. Naja, ich hoffe, es hat sich jetzt eine gute Entscheidung, den Flughafen zu meiden. Jetzt liegt da so ein komplett fettes MG und alles drum und dran. Das wäre natürlich witzig, ja. Wenn ich den Entwickler wäre, würde ich so kurz für den Tag, wo alles resettet wird, nur noch Waffen spawnen lassen. Oh, das wäre so nervös. Aber ja, ja, das glaube ich, würde ich auch machen, ganz ehrlich. Das wäre echt lustig. Ja. Nur irgendwelche Scharfschützengewerden und irgendwie für so den ganzen Tag Cars auf dem Server und dann würde ich alles zurücksetzen. Ja. Das wäre echt super. So pläte. So pläte. So was? Ach, so pläte. So pläte, siehs. Jo, so. Ich setze mich jetzt erstmal irgendwo hin und knuspe ein paar Chips und Instant Oatmeal und trinke dabei eine Kokosnuss. Wasser. Ja. Okay. Ich esse Schokolade. Oh nein. Nicht mit meinem Let's Play. Mh. Schokolade. Hier schauen gerade zwei Leute. Nämlich du und ich. Was soll ich gerade sagen? Ja. Ach ja. Boah, habe ich mich gerade von so einem scheiß Vogel erschrocken. Siehst du, hättest du keine Schokolade gegessen? Nicht. Genau. Scheiße, jetzt habe ich kein Kaltgetränk, mit dem ich noch auf das Video nerven könnte. Nö. Vor allem ist Video nerven. Das. Zuschauer meinte ich natürlich. Also uns beide. Ja. Das stimmt vermutlich sogar. Ach der fuck ist... Ach so, das ist einfach nur eine Abende Straße zum Flughafen. Ich dachte, ich hätte eine Secret Militärbase gefunden, aber nee, das ist einfach nur ein anderer Weg zum Flughafen. Ah. Also ich bin jetzt an dieser einen Kreuzung unter der Giantwood Springs und Pestfahrt. Also, falls es dich interessiert. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht genau, wo du meinst. Aber gut, ist ja auch egal. Ich habe wieder diesen geilen Grafik gebracht, dass die Straße nicht angezeigt wird. Ja, ja, den habe ich aber auch momentan. Ganz toll. Das haben wir glaube ich alle. Das ist ein bisschen... Ja, ist ja egal. Sollte es nicht im Herbst die Vollversion rauskommen von dem Spiel, oder was? Nur die Beta? Nein, die haben eigentlich gesagt die Vollversion. Aber gut. Da fehlen aber noch einige Bodentexturen. Da fehlen vor allem noch ganz viele Sachen hier im Spiel. Und vor allem schöne Bodentexturen. Das natürlich auch. Wo denkt ihr, ich überlebe es, dass es da runterrutschen? Nein. Aber ich rutsche ja gar nicht. Oh. Dann überlebst du es. Gut, irgendwie bin ich doch gerutscht und bin dann... Ja, nee, ich bin dann nicht tot, äh, einfach nur verletzt. Und zwar schwer. Ich habe eine Bandage TX, falls es dir hilft. Nee, nee, ich habe Antibiotics. Achso. Ja, ja. Ich freue mich schon, wenn man leveln kann und dann zum Beispiel auf länger leveln kann oder so. Ja, ja. Ich bin bald in Giantwood Springs. Ich war übrigens noch nie im neuen Bereich der Map. Ich sehe auch das zerstörte Gebiet, von dem du gesprochen hast. Das ist Giantwood Springs, soweit ich weiß. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich schon Sichtkontakte habe. Ja, weil, mehr gibt es da wirklich nicht. Ich finde auch ziemlich geil, wie so ein Strand ist, wo eigentlich die Straße sein sollte. Dann komme ich jetzt, dann gehe ich jetzt wieder zurück. Ist ja eine Sandtextur, oder? Oder kommst du, äh, keine Ahnung, aber komm, ja, müsste eigentlich nicht Sandtextur sein, aber, äh, kommst du dann einfach hier hoch zu dieser Bla West irgendwas Station da? Dieser Patch Farm? Nein, nein, West, äh, Boulder Station. Achso, West, Boulder, man kann die übrigens immer nicht so, das ist so scheiße. Achso, diese, diese, äh, Wetterstation ist es, glaube ich, Ja, keine Ahnung. Also, ist ja, ja, ist auf jeden Fall oben auf einem, Bär, what the fuck, ich kann erschrecken. Ne, ist auf jeden Fall irgendwo oben auf dem Berg. Ich glaube, ich kann ihn sogar schon sehen. Kommt man denn auch direkt von diesen Springs, äh, dahin? Ja, da ist irgendwo ein Weg, da hoch. Oder? Was ist das da? Kann man mal gucken. Ah, ich sehe es, da muss ich aber einmal komplett durch das Gebiet durch. Wir sind eigentlich kaputt gegangen. Ist da auch ein Flugzeug abgekackt? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach nur ein Feuer ausgebrochen. Der Klassiker. Ja. Und da kommt, befreien wir ihn so von seinem Elend den armen Zombie. Tja, ja. Richtig geil, als die Patchen ausgelesen habe von der vorletzten Version. Ist ja eh scheißegal, weil die Leute sehen, dass die Uhr eh irgendwann später. Äh, stand drin, äh, Zombies reagieren jetzt auf Blockaden. Achso, äh. Obwohl das Video können sie vielleicht sogar schon, naja, also sie können es, äh, schon vielleicht ab übermorgen oder so sehen halt dann. Als ob in diesem verbrannten Gebäude irgendwas drin ist. Also ich habe bis jetzt nur Wasser gefunden. Achso, das kann ich gebrauchen. Ja. Ich kann gerade alles gebrauchen. Ich habe nur vier Items genug von einem Hammer mit ganz viel Gehörn ist. Und ich sammle hier gerade in der Zeit ein bisschen Geld, während ich auf dich warte. Was trage ich eigentlich von her? Ich trage einen Helm. Scheint aber, glaube ich, ein Flugzeug abgestürzt zu sein, weil ich sehe da Flugzeugteile, oder? Nee, doch. Nee, doch. Alter. Musste jetzt sein, ja? Ja, ja. Und hier schweben auch die Schrottteile. Eine Humvee. Oh, da liegt ein Feuerwehrhelm drauf. Ich habe noch keinen Helm, man. Ey, ich habe keinen Helm gefunden. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Man findet es ja irgendwie nicht mehr so häufig. Also immer noch häufig genug, aber nicht mehr so häufig. Was liegt denn da? Ach, schade, er hat kein Geld gedroppt. Ich bin ja auch ein Held. Ich habe zwei Ferngläser, habe aber keins davon in meinem Inventar. Gib mir eins. Ich liebe das Fernglas. Kriegst ja gleich. Auf die drei. Was liegt denn da? Oh, ein Zombie, der sich im Schnee verbuddelt hat. Da ist Schnee? Ja. Hä, warum bekomme ich Damage? Nein! Was war das denn jetzt? Ich wurde irgendwie noch ein Zombie gekillt, obwohl ich geprügelt habe. Oh, nein. Äh, vielleicht spawn ich in der Nähe. Ich habe sowieso nur einen Hammer dabei. Ey, ich habe ja auch noch zwei Elber. Ja, kannst du mir noch den Helm? Wow. Alter, wie komme ich an so viel Wasser? Es sind nur 15 Leute auf dem Server. Ich nehme mir irgendwie fast immer so leere Server. Kann ich gut verstehen. Weil in den 14ern wirst du ja eh zwei Minuten noch spawnen, abgeballert. Ja, das ist es nämlich. Auch wenn die Server jetzt gar nicht mehr so voll sind. Doch, ich komme immer auf volle. Ja, aber die sind nicht mehr so voll wie am Anfang so gesehen. Ja, das ist ja klar. Ich esse jetzt noch eine Schokolade. Also ich kam zu am Anfang der Beta und so, da war das übel. Mhm. Ey, na, 30 waren da noch wenig Leute auf so einem Server. Ja, das stimmt. Das kann ich mir noch erinnern. Pass dir hier durch, der passt hier durch, ich glaub's ja gar nicht. Oh, du Scheiße, ne. Oh, nein, jetzt sag mir nicht, du bist irgendwie in Boulder City. Ne, das wär sogar noch positiv. Damit ich bis in Campos. Ähm, der Map, die Alpha, auf der Alpha Map, die ganz kleine Stadt. Äh, Clearview, Smallville. Ich hab ein Server schon wieder verlassen, den anderen Charakter gewählt. ja, gut. Ich bin selber neun Charakter. Äh, wie nenne ich den? Ähm, ich hab auch schon wieder einen neuen Charakter, das ist, äh, TLOK. Wie nenn ich den Charakter jetzt nennen? Also, TLOK ist besetzt. Doktor Frank. Kinnstein. Das geht denn bei dir ab. Keine Ahnung, äh, ich, ich, ich würd sagen, das schreiben wir mal zurück. Äh, und was ist mit Willi? Fragezeichen, bist du da noch? Hö, man kann keine Punkte mehr in den Namen verwenden? Keine Ahnung. Kann ich ein Lärzeichen verwenden? Ja, Lärzeichen kann man nicht jetzt verwenden, aber Punkte nicht. The fuck? Noch, hat, hat der viel mit W geschrieben? Viel? Ja, er hat Wiedel geschrieben. Aha. Normalerweise schreibt man jetzt auch mit F. Ist ja klar. Baum, Baumann, schreite zur Tat. Nee, viel schreibt man mit P, F. Kommt von P, du. Genau. Viel, äh, Pferd schreibt man ja mit V. Nee, mit B. Ich versteh's nicht, was meint. Ach, ich glaube, er hat geantwortet auf meinen Kommentar. Ich bin gar nicht mehr auf, ach so, ich bin jetzt bei M1 Massive Weather Station. W-w-w-was? Das ist eine Wetterstation weiter als du. Nee, ach da. Oh, tatsächlich. Ah ja, das ist ja schön. Dann lass mal vielleicht ein Frosty Penis. Hacker. Heißt, die Stadt ernsthaft Frosty Penis? Tatsächlich nicht. Okay. Dann lass... Wir sind für ziemlich ein Niveau los, um darüber zu lachen, ja? Ja. Also, ich würde sagen, dann treffen wir uns jetzt im Frosty Penis. Oh Gott. Das ist ein Niveau ganz hinten angekommen. Sorry, Leute, sorry, aber... Du kennst doch bestimmt den Livestream von Gronkh und Sasa. Ja, den kenn ich. Die hatten ja da zuerst die rote Lampe für das Niveau, wenn das zu niedrig ist. Das sollten wir auch reinführen. Oh Gott. Das ist schlecht. Ich untersuche jetzt mal mal die M1 Sweater Station. Ja, ja. Aber ich bin... Der gehört zum Frosty Penis. Oh, so schlecht, ey. Oh, Mann. So, Leute, gut, dass ich mit meinen anderen Freunden keine Let's Play Together mache. Ja. Soll, ich... Mir fällt grad... Oh, doch. Ach so, ich hab einen neuen Charakter erstellt. Deswegen hab ich neue Waffen bekommen. Ach so, wie ich dachte, dir fällt grad auf, dass du doch mit ein paar anderen noch Let's Play Together machst. Aber... Ey, das mach ich nicht. Zum Glück nicht. Es gibt ja keinen anderen bei uns in unserer Bekanntschaft. Also zumindest nicht in den... von den Leuten, die ich kenne, die du auch kennen müsstest, die Let's Plays machen. Das ist faszinierend. Genau. Wie lieb es mich? Sag, was ist es denn, der Mr. High? Oder was? Ja, ja. Ja, klein. Ja, ja. Ja, genau. Ist meine Telefon auf 554. Ich bin Dr. C42.